Was geht ab, Amigos? Und willkommen zu einer neuen Brawl Stars Challenge auf meinem Kanal. Wir versuchen heute mit Qualis Sandy einen Brawl Stars Sieg zu holen, ohne Cubes zu verwenden. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus und viel Spaß mit der Folge. Let's go, Amigos! So, starten wir mal mit der ersten Runde und hoffen wir mal, dass wir direkt einen Sieg holen. Starten wir mal mit der ersten Runde und es wird auf jeden Fall eine schwierige Challenge sein. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen uns verstecken, das Gute ist, mit Sandy ist, können wir theoretisch hier direkt in Angriff gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen. Wenn wir hier direkt schon im Angriff sind, oh Gott, oh Gott, oh Gott, verstecken wir uns mal hier direkt. Wir müssen ein bisschen taktisch vorgehen und vielleicht den anderen oder, genau, den Abstauber holen. So wie wir es gerade gemacht haben. Sehr schön. Da sind auch welche. Sehr schön. Gutes, wir haben hier auch einen Köder mit Power-Ups. Das heißt, theoretisch könnte man auch hier gleich jemanden holen. Weil, ich meine, wenn jemand diese zwei Power-Ups sieht, dann will man ja die direkt holen, einsammeln und hier kommt auf jeden Fall auch einer gleich. Das ist schon drei, oh Gott, der wird Hardcore sein. Okay, den können wir nicht so einfach. Der hat jetzt sechs Stück eingesammelt, aber den haben wir fast down bekommen. Es ist halt eine super, super schwierige Challenge und jetzt kann ich jetzt nicht mehr müde machen. Das ist halt ein bisschen doof. Gucken wir mal, wie wir es jetzt am besten machen. Noch vier Brawler übrig. Okay, drei Brawler übrig. Wäre ja auch krass, wir müssen wir in der ersten Runde schaffen. Perfekt, gehen wir wieder runter. Ich hoffe, der oben rechts hat uns nicht gesehen. Oh, die kämpfen jetzt. Oh nein, okay, das war knapp. Wir sind leider Platz zwei geworden. Gehen wir mal direkt in die nächste Runde rein. Das wäre es natürlich gewesen, wenn wir direkt in der zweiten Runde erstmal einen Sieg geholt hätten. Aber dafür hätte ich eher den Sleep Powder noch gebraucht, also den Schlafbruder. Damit ich hier den einen oder anderen einfach mal kurz betäubt hätte. Komm nicht bei mir rein. Den verstecken wir uns wieder hier drin. Der hat mich jetzt nicht gesehen. Gehen wir mal hoch. Und ihr könnt gerne auch die Challenge nachspielen. Bin mal gespannt, ob ihr es schafft. Und wenn ihr es natürlich noch nicht getan habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich auf jeden Fall weiterbringen mit diesem YouTube-Kanal. Und natürlich auch ein Kommentar. Würde den Algorithmus für dieses Video noch weiter pushen. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das tun würdet. Würde mich auf jeden Fall freuen und weiterbringen. Wir haben noch hier vier übrige Brawler. Okay. Oh Gott. Komm nicht da. Oh Gott, oh Gott. Okay, der hat uns fast geholt. Der hat uns schon fast wieder geholt. Jetzt da wieder Folge halt. Aber die Turetsch könnten wir ihn holen. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Belastend. Das war jetzt richtig doof. Jetzt haben wir noch einen Versuch. Und ich hoffe, wir schaffen. Das ist super, super schwer. Gehen wir direkt in die letzte Runde rein. Und ich bin gespannt, ob wir es noch schaffen werden. So, letzte Runde. Noch neun Brawler übrig. Da kommt auf jeden Fall der ein oder andere. Perfekt. Da zwei. Warum haben wir gerade Schaden genommen? Okay. 18 noch übrig. Wir müssen gleich hier weiter laufen. Wir müssen gleich Schutz haben. Vielleicht gehen wir mal hier rüber. Ich hoffe, dass uns keiner sieht. Oh Gott. Der hat uns vielleicht gesehen. Fünf Leute sind noch übrig. Wir haben aber noch dreimal Schlafbruder. Das könnte wirklich... Oh. Perfekt. Okay, wir haben einen geholt. Die drei sind noch übrig. Gerno wieder hoch. Sollen wir den nächsten Schritt gehen? Kommen wir, wir gehen den nächsten Schritt. Als ob der uns nicht gesehen hat. Als ob der uns wirklich nicht gesehen hat. Gehen wir mal weiter. Oh Gott. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir zuschlagen. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, wir haben es geholt. Let's go. Dritte Runde. Und da ist der Sieg. Ohne Cubes haben wir gewonnen. Das war so knapp und so gut gespielt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues YouTube-Video raus. Und jeden zweiten Tag ein Brawl Stars Video. Schreiben wir es in die Kommentare für den Algorithmus. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios, Amigos. Ciao, ciao. Amigo TV ist hier für dich. Abonniert, like und type, das ist wichtig.